Jal al-Daulah war Dedin Abu El-Fat Malik Shah war ein Sohn Alp Aslans und ab 1072 Selchuken Sultan. Sein Name Malik Shah ist eine Zusammensetzung aus dem arabischen und dem persischen Wort, beide Wörter bedeuten König. Seine Nachfolge wurde von seinem Vater bereits bei einer Familienversammlung 1066 proklamiert, als verschiedene Stadthalter Posten im Osten verteilt wurden. Sie wurde in erster Linie von seinem Onkel Kavad bestritten, der sich auf sein Recht als Ältester der Familie berief und in einer dreitägigen Schlacht bei Karaj in der Nähe von Hamadan besiegt werden musste. Die Schlacht erwies sich als Nagelprobe für Malik Shah, denn Kavad bekam viel Sympathie von Malik Shahs Truppen, so dass eine offene Revolte drohte. Eine Schlüsselrolle bei den Ereignissen spielte Malik Shahs Atabik, der erfahrene Vesir Naisem al-Mulk. Dessen rasche Aktionen seinem Schützling die Anerkennung des Kalifen und die Provinz Khorasan mit ihren Einkünften sicherten und er zudem die Hinrichtung Kalwurz empfahl. Nach dem Sieg seines Vaters in der Schlacht von Manchikat 1071 eroberte er den größten Teil Anatoliens, das zuvor zum Byzantinischen Reich gehört hatte. Er erweiterte die seltsjukische Macht auf Kosten der Fatimiden nach Syrien und konnte Philartos brach Amios 1087 Edessa entreißen. Analog dazu setzte er Vertreter in Damaskus, Edessa, Aleppo und Antiochia ein. Nach der Eroberung von Antiochia nahm Malik Shah, wie bereits assyrische und sassanidische Könige, vor ihm, bei Sankt. Simeon an der Oronsmündung einbad im Mittelmeer, zu Pferd und in voller Rüstung. Danach ließ er Sand von der Küste aufsammeln und auf das Grab seines Vaters Eib Aslan in Meer streuen, um ihm zu zeigen, dass sein Sohn alle Länder bis zum Rande der Erde eingenommen habe. 1073 beauftragte er den universalgelehrten Omar Shaya mit dem Bau eines Observatoriums und der Erstellung eines Sonnenkalenders. Auf den entsprechenden Berechnungen dieser Kalenderreform beruht der moderne iranische Kalender. Die Beziehungen zwischen Seltsuken und dem nominell herrschenden Kalifen in Bagdad, dessen Vertreter und Feldheld der Seltsuken-Sultan offiziell war, wurden zunehmend spannungsgeladen. Auch das Verhältnis zum berühmten persischen Wesien Naizem-al-Mulk verschlechterte sich sehr. Bevor es zu einem Konflikt kommen konnte, wurde Naizem-al-Mulk aber von den Asensinen ermordet. Der Sultan selbst wurde 1092 von einer seiner Ehefrauen vergiftet. Grund waren die Streitigkeiten unter den Ehefrauen um die Nachfolge des Sultans. Nach seinem Tod zerfiel das Seltsuken-Reich in kleinere Staaten, die sich zumeist feindlich gegenüberstanden. In Anatolien folgte ihm Kilitsch Aslani, in Persien Mahmud I. und in Syrien sein Bruder Tutushi. Die Uneinigkeit der Seltsuken-Reiche war einer der Gründe für den unerwarteten Erfolg des ersten Kreuzzugs, der kurze Zeit später 1096 begann. Die Söhne von Malik Shah waren Berg-Yaruk, Mohammed I., Tapa und Ahmad-Sanshah.